so mein gott ich hab nie platz in dem winter das soll sind ich habe gehört ja so ist das kommt nichts alles gut hallo ich hab da nicht wirklich probleme vielleicht weil ich gerade cookie dings mit laufen lasse ich hab das auch nebenbei laufen na und dann läuft bei mir noch nebenbei skype finamp fühlst du dich jetzt cool oder was ja cooler als du dich achja schein noch mal anders anschließen ein bisschen terraforming grad machen eins zwei drei vier ist das nicht zu weit gemacht? nix nix, ich rede mit mir selbst kennst du das schon langsam? das hast du auch in der letzten aufnahme gemerkt jup jup kohle 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 hast du das wie du jetzt zu elektro zitter gesehen? ne klar voll komisch irgendwie ne? ja naja naja was man nicht so alles macht ne? jup so soll er doch ah da hat einer den Weg zu uns gefunden stand abend ey ich hasse dich was meinst du wie ich mich manchmal fühl? ey guck mal meine rüstung an alter ich bekenne farbe santos zeig das mal deinen view an sie hat sich gefärbt ja schwarze fresse so wie er immer aussieht ja und davor die zähne und dann sieht sie zu geil aus lass mal guck mal wieder ein stück nach oben nimm mal die weg und guck mal wieder ein stück weiter nach oben ich möchte das auch sehen siehst du das selber? ja das sieht so bekloppt aus aber echt ey Johnny warum hab ich jetzt einen anderen Skin? was hast du mit mir angestellt? gar nichts gemacht du hast keinen anderen Skin naja du hast immer noch deinen Skin nein ich habe diesen komischen Muscleman hast du nicht? mich nicht tipp 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 nein ich hatte vorher Maki Wuppi hast du immer noch bei uns bei mir aber nicht Taua auf mich abzuschießen hey du 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 okay jetzt hab ich wieder hör aus es Dre Polky der Flask derieme ist er gleich tot aber erst bei uns gibt's nicht schuld Nein! Nein! Wir weg! Lass mich in Ruhe! Ich bin schneller! Achja! Lass mich in Ruhe! Ich mag dich nicht! Achja! Aber schöner treibt's an, ne? Auf jeden Fall! Ich hab ja gesagt, ich hab welche! Ich muss sie erstmal durch... Ah! Pfff! Was ist das denn? Wie hast du das denn gemacht? Das ist TPX! Ah! Da hab ich ihn! Da hab ich ihn! Hahahaha! Hau ab! Hahahaha! Ihr seid doch Schweine! Ihr seid doch Schweine, ey! Ihr seid doch Schweine, ey! Hab ich irgendwas von dir aufgenommen? Ja, Redstone Energy Conduzen! Hat das hier so viel Schaden? Da liegt deine Chainsaw da hinten! Warst du eigentlich voll? Hier liegt noch was von dir! Ja, das brauch ich alles wieder! Ich hab auch noch grad was rausgesucht! Nein, ich meinte ähm... Vor dem Leben! Wie viel... Wie viel XP hattest du? 18! Aber... Ist auch nicht so schlimm! Du hast ja auch in deine Farm! Ja... Woll grad sagen, ich wohne in meine Farm! Dipp 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 Achja... Bisschen... Bisschen Spaß muss sein! Du brauchst mir keine geben, Johnny! Ich hab unten eine Farm! Hm? Egal, nein! Er hat sich getötet wegen meiner Sache! Ist doch egal! Meinst du mich stört das? Ja, Hauptsache Level 90! Was will ich damit? Ich hab unten eine Maschine! Die tut für mich Auto-Enchanten! Komm, ich tu das weg! Tschüss! Ja, schmeiß das mal bei... bei Centus wieder auf den Platz ein! Nein! Das geht auf mein Grundstück! Was ist das für eine Kacke? Gravity Gun? Ja... Aber supercharged! Was machst du da? Ey, du Arsch! Der macht Unsinn! Der macht Unsinn, der Junge! Das... Das ist normal bei ihm! Oh mein Gott! Ich hab fast eine Million Cookies! Er treut immer gern! Schlimm ist, der hat auch noch OP-Rechte! Das ist noch schlimmer! Ja, so schlimm ist das nun auch nicht bei ihm! Komm! Wenn ich dich mit OP trollen würde, dann... Ich hab dich... Ach schade, das Schwein hat nicht getroffen! Wallo! Wen meinst du damit? Mich? Wenn ich OP-Rechte hätte und ich würde das ausnutzen, dann hätte ich schon gern sowas anderes gemacht! Ja, du hast OP-Rechte, aber du nutzt das auch nicht aus! Nö! Moshito ist nur Tag, aber das macht jeder OP von uns! Ja! Ach ja! Ich glaube, ich baue mir jetzt mal eine... Kuhfarm! Hast du deine Kuh noch? Wer? Safari-Netz! Ich hab dich nicht verstanden eben! Hast du deine Kuh in deinem Safari-Netz noch? Wieso? Genau! Dann baue ich jetzt eine Maschine, die automatisch Kühe spawnt! Kriegst du nicht, die Kuh! Bitte? Die Kuh kriegst du nicht! Hier hinten gibt's auch welche! Komm her zu mir! Wie willst du das denn machen? Mit welcher Maschine? Bitte? Kann man machen! Mit welcher Maschine willst du das denn machen? Jupp! Damit kannst du dir auch einen... ...Wilderskelettspawner machen! Jupp! Ach, mit den... Ach, mit den Shards! Mit den Soul Shards! Nein, nein! Der Mindf... Wie heißt der Mod nochmal? Mindfactory, genau! Ich glaube, ich kenn ihn sogar, aber... Ach, den Auto... ...den Auto-Spawner! Genau! Harvesten, dann baue ich ja neben noch was anderes! Wie heißt der nochmal? Hey du Pussy, komm mal her! Veterinary Stations und sowas! Mit Breeder und... Was? Ach so... Du willst doch Kühe haben, ne? Ja, ich hab mal eine! Du kannst ja auch eine von mir kriegen! Naja, ich guck gleich nochmal! Erstmal meine... ...Baumfarm wieder im Laufen kriegen! Oh! Du brauchst ne Baumfarm? Erstmal Luki Luki machen! Ah ne, da unten sind Targets, ne? Ne, ne! Hinter meinem Haus! Boah, das liegt's cool! Ich hier unten sterbe, ne? 1, 2! Fick dich, die sind die! Ja, nicht hier ist doch nicht meine Baumfarm! Die ist nur mein Koppel und mein Drittlager! Die ist hinterm Haus! Ja, komm mit! Kuck mal hier, Cookie! Cookie machen! Komm mal da, Johnny! Hast zwei Kühe auf deinem... Grundstück! Jo! Gern geschehen! Bitte! Du Arschlauch, echt! Bitte! Ja, ist ja super befüllt, die Baumfarm, ne? Ja, das läuft alles in meine Plate-Energy-Stick-Systeme! Ja, aber die läuft irgendwie falsch, oder? Ja, ich weiß! Aber klar, ich muss mich mal nachfüllen! Auf jeden Fall habe ich schon irgendwie 6000 Loks oder so! Und... Und... Und 180.000 Steine! ... ... ... ... Oh mein Gott, ich werde angerufen! Mann, Mann, Mann! Kurz ab! Ey, Gott sei, nehme ich gerade nicht noch mehr auf! Hä? Jetzt hätte ich ja noch Megatroll mehr! Wieso? Ist doch egal! Ich nehme ja auf! Ja, auf einmal wirst du dann so mitgerissen, bist gerade so am Basteln, am Aufnehmen! Nein, der reißt sich mit, Johnny! Ja, das macht aber gern! Ich war eben mal oben... Und dann komme ich so an! Oh, was wollte ich eigentlich gerade machen? Ich war eben oben auf dem Turm drauf! Was macht der? Ich habe bei mir ausgeschaltet, mein... ...Jetpack und so! Dass ich hier einen Ruder oben bauen kann! Was macht der? Er schießt mich jetzt mal runter! Er ist so ein ganz böser Junge, das weißt du! Alles normal! Das merke ich! Er bringt Spaß mit ihm! So... Na, ich scheiße jetzt erstmal hier... ...koppel... ...meinen Treibsand hier rein! Was ist ich da mit? Also nicht! Hör auf Treibsand auf meinen Grundschild zu schmeißen, oder ich töte dich! Wer? Flash-Shooter! Na! Oh, da ist meine Gun mit bei, ey! Und wo ist deine Gun mit bei? Ja, die ist jetzt unten in seinem Query-Loch drinne! Spring mal! Gib dir gleich, spring mal! Ich hasse dich dafür eigentlich! Eigentlich! Ist auch gut, eigentlich hast du ihn dafür! Wo hast du denn bitte schon eine Quantum-Bridge? Was für, was, was, was für eine Quantum? Diese... ...Energy-Bridge! Wo hast du denn her? Achso, die kostet ja nicht viel schon! Kostet ja nicht viel! Okay! Schon in Ordnung! Aber mir fehlen noch Sachen! Ja, die sind wahrscheinlich oben! Achja! Johnny, der Troll! Meine Gun! Meine Advanced Machine! Sicher, dass sie oben sind? Der ist schon mal da, der drückt! Was? Von dir habe ich nichts mehr aufgesammelt! Alter, wie verstreut das hier ist! Da ist noch was! Hier ist noch was! Und wenn Johnny das macht dann gleich richtig! Mir fehlt nur noch die Gun! Mir fehlt nur noch die Gun! Die Portal Gun! Boah, du bist so leise! Ich muss mal meine Musik runterstellen! So, was ist? Was brauchst du noch? Portal Gun! Longfall Boots habe ich hier! Boah, Spinnen nerven nicht, ey! Hier ist noch! Hier ist noch Glas von dir! Fick dich, Spinne, ey! Fick dich, Spinne, ey! So kann man auch seinen Scheiß-Kopbeln und so, was man grad... Nicht mal einsam und keine Sorgen! Einfach durchs Portal schießen! Hier, was noch? Aber nein, mir fehlt keine Portal Gun! Was hast du denn für eine? Ähm, welche ist das denn? Die Orangene oder so? Die Schießgrün... Ach, äh... Keine Ahnung, welche... Das ist die A! Potato Gun oder Bacon Gun? Nein, ich hatte eine normale... Ähm... Hallo? Äh, Peabody! Ja, ich muss den wieder gehen! Hier, Chris wieder! Aber die muss doch irgendwie sein! Ich hab dir gegeben! Falls du die wieder findest, die andere lösch die, okay? Ja... Aber ich will die... Erst die andere finden! Nee, das war mir so... Ich spawnte ja jedenfalls die Minuten oder so! Tja, ich war es schuld, liebe Zuschauer von Zantrus, also nicht meckern! Du... Kannst das immer noch nicht und sagst immer noch Zantrus, ne? Ach, Zantrus, ja! Zantrus! Was dagegen oder was? Bei uns heißt ein Busunternehmen Zander, aber das ist ja was anderes! Ja! 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 Du...